Schön, dass Sie zugeschaltet haben. Ich möchte Sie herzlich begrüßen zu meiner Präsentation 3D Experience im Einsatz bei der Firma Schwindt. Mein Name ist Claudia Schneider und ich bin im Bereich Company Administration tätig. Was verbinden Sie mit 3D Experience? Konstruktion, Entwicklung. Wir setzen es im kaufmännischen Bereich ein. So viel kam es dazu. Vor einigen Jahren sind wir mit der Erfassung unserer Daten in Excel an Grenzen gestoßen und haben geschaut, was ist machbar mit 3D Experience. Wir brauchten eine zentrale Datenverwaltung, die der ständig steigenden Datenmenge gewachsen ist, mehreren Personen einen zeitgleichen Zugriff erlaubt, mit einer optimalen Benutzeroberfläche und einer zentralen Dokumentenerfassung und einiges mehr. Unsere Intention, wir setzen 3D Experience im kaufmännischen Bereich ein. Ich werde Ihnen nun einen kurzen Einblick geben, wie 3D Experience unsere Anforderungen erfüllt. Hier auf der Startseite führen Sie schon wenige Eingaben und Klicks zu den benötigten Informationen. Mit der Auswahl der gewünschten Firma erhalten Sie nicht nur die Sicht auf die Stammdaten, sondern können unmittelbar über die Auswahlleiste die gesamten Auftragsdaten und auf die Dokumente zugreifen. Eine weitere Wahlmöglichkeit steht mit dem Menü auf der Startseite zur Verfügung. Auch hier gelangen Sie über Auswahl- und Filtermöglichkeiten schnell an die gewünschten Informationen und deren Bearbeitung. Um den gezielten Zugriff auf Informationen zu ermöglichen, kann die eigene Benutzeroberfläche mit Icons versehen werden. Auch für Ihren Anruf bietet 3D Experience durch die Anbindung ans Telefon eine weitere Lösung für Ihre Wünsche, die schnell und gezielt im Unternehmen platziert werden können. Mit 3D Experience werden unsere Anforderungen optimal umgesetzt. Zentrale Stammdatenverwaltung, komplette Auftragsbearbeitung, Lizenzverwaltung sind nur einige der Möglichkeiten die 3D Experience bietet. Mittlerweile beinhaltet es die gesamte Administration und wurde auch weitere Bereiche ausgeweitet. Wir können mit Bestimmtheit sagen, 3D Experience im Einsatz bei Schwind bietet individuelle Lösungen und bringt Effizienz und Prozessoptionierung.